Hallo und herzlich Willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin McSnake, ich zock für euch. Wir spielen mal wieder Bastion. Wird ja langsam auch Zeit, wa? Wir machen gleich mal da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, wie zu den Übungsgruppen ist, um jede Waffe zum Meistern, Belohnung zu verdienen. Aber das kennen wir doch schon. Ernsthaft. Mit allen sprechen. Wie kann man da bitte zu viel lernen? Tja. Weniger vollrumsitzen, mehr Dinge übersetzen. Oh, da können wir richtig viel auswählen. Sprich mit hier über die alten Gewürze. Ja, wir fangen oben an. Hollandia's fine goods. Unless they were born and raised in the city like Zia here. Yo. Sure the world's all gone to pieces farther than the eye can see. But leave it to this girl to point out the amazing view. Yo. Sheriffstern? Yo. Girl tried to run away from home one time. But the Marshals stopped that, didn't they? Eines haben wir noch, das weder gebundene Gliedsbuch. So many secrets in there and she can't even read it. Her father's own journal. Das wird mich ja maximal nerven. Nun gut. Es fehlt noch ein Kern. Was haben wir denn hier noch? Die Gedenkstätte? Siege einen zähen Feind mit dem letzten Schuss in einem Magazin. Über eine Fertigkeit mit dem Reißer-Repetiergewirr beweisen. The Trappers, Darren Bunch of Fools. They'll be missed. Okay. Was haben wir hier noch? Überragende Fertigkeit mit der Kriegsmarchete beweisen. Versetze Feinden in schneller. Abfolge 15 Treffer hintereinander, ohne zu verfehlen. The Gravers. The Arm of Justice. They seemed unstoppable. Tja. Haben wir also bewiesen, was für ein cooler Hund wir sind. So. Ach, ich habe den Kern sogar. Guck an, guck an, guck an. Ja. Okay. Hier können wir auf dem Fundament wieder was bauen. Und zwar ein Schwein. Neue Götzen. Götzen nicht verfügbar. Feinde nehmen Wache während der Peinen der Niederlage. Niemand außer ihre selbst vermochten die keusche Jung... What? Wer hat denn da bei der Übersetzung gepennt? Die keusche Junggrau zu binden. Ihre Fesseln stammen aus ihrer eigenen Hand. Aha. Aha. Was haben wir hier noch? Püff. Feinde wachsen schneller, um sich bewegen und zuschlagen zu können. Warum sollte ich sowas aktivieren? Das ist doch totaler Käse. Macht's mir nur noch schwerer. Ja. Macht's mir nur noch schwerer. Das kann ich aber selber auch ganz gut. Einfach mal runterfallen. So. Na dann. Werden wir mal in die Wildnis gehen, zu den Randgebieten und zum letzten Kern holen. Ja, ja, ja. Um mehr Dingsis zu erhalten. Na dann. Jo. Fangen wir mal an, wa? Wo können wir denn hier noch Löcher reinschießen? Nirgendwo. Ah, aber vielleicht kann ich halt irgendwo durchgehen. Komm nicht. Nein. Nein. Nein, nein, nein. 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 Hier. Oh. Nein. Okay, jetzt hoffen wir mal, dass die Blumen nicht böse sind für uns. Nein, sie sind sie nicht. Rausch, 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 rausch. Au. Dafür gibt's doch direkt jetzt mal zum Flitzer. So. Ein Verstecker vorwart. Oh, ja, 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 ja. Äh. 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 Warum geht das nicht kaputt? Okay. So, und da ist aber hier so ein Trank. Und da sind ja nur die Mitte ein bisschen schnappig. Das ist ein bisschen hässlich anders hier. Vielleicht ist es ein Scheiß in den Blöden. Okay. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. So, ich muss mich aber noch mal heilen. So. Jetzt ist dieses Blöden, alles ist noch sauber. Ja, wollen wir echt nicht angehen. Ja. Ja, ich habe nur das Gefühl, dass... Egal, was wir jetzt... Oh! Nun, da geht's auch noch. Da geht's auch noch. Da geht's auch noch. Aber da unten... ...sehe ich Dinge. Ja. Aber da komme ich irgendwie eigentlich ran. Naja. Ist das grünlich auf dem Boden vielleicht, wie das? Da geht's nicht rein. Jetzt hier rein. Zumindest ein Stück weiter, aber auch nicht wirklich weit. Okay. Also, dann wieder nach oben. Ich habe aber irgendwie kein gutes Gefühl, bei dem das gleich kommt, oder? Ja. Ja. Wir nehmen erstmal den Kern mit. Ja, das heißt... Ein ganz großes Kino. Die sind ja toll. Keiner. Oder wir nehmen vorne die Schunkette. Mensch, da bin ich blöde. Dann werden ich jetzt auch geholzt. Oh-oh-oh-oh! Ah-oh-oh. Ah-oh-oh! Jayj, jetzt kann man sich alles soupfrygeln... Und da durch, und da durch, Steine, und... Bäh, ist es. Ah, der ist ein Kuh. Das ist jetzt eigentlich so eine Geburtssache. So. So. Aber... Warum kriege ich diese komischen Kristallsträdchen mittlerweile im Fümmerpack? Pilze? Äh? Pilze? Die Piste gelesen... Ja... Ha. Das Holz... Pilze... Noch mehr Holz... Ja, aber es kann gut trauen. Eigentlich mag ich meine Pistone, aber ich glaube, ich müsste jetzt nicht in das Luftanlager gehen, sonst noch ein Stück. Gut. Aber... Ich muss mich hier wieder mit dem Ding klicken. Spaß für groß und klein. Ich bin ein Netten jetzt weg, dass wir da mit vielleicht ein paar Monsterkisten... ...die probieren können. So... So... Teile werde ich auch... Was ist der Sinn jetzt? Sinn und ganz, Alter. Das ist etwas schwieriges. Das nehmen wir gerne mit. So... Was haben wir denn hier noch? Ein Lagerfeuer... Das können wir nicht mit dem Kloppen... Blöde Vogel... Wollen wir nicht mit dem Kloppen... Pilzköpkot... Mehr Pilzköpkot... Lieferung... Ein Handful der Windbag-Shipmen... ... hat sich so weit weggezogen. Jaiiii... Haben wir doch erfolgreich wieder irgendwie zuhaufen geschossen... Das kann ich nicht. Na los, geh wieder auf, du blöde Blume... ... um dir gleich was Neues zu fangen. Das dauert echt ganz schön lange. Aber gut. Man kann's hier irgendwie nicht ändern. Noch mehr Pilze, noch ein bisschen Unterholz... Was ist das denn? Ja... Man kann's kaputt schlagen. Na und? So... Das lustige ist, dass man mit den Pistolen echt ganz schön schnell sein kann. Was ist denn für ein Viech? Kann man jetzt schlafen? Kann man jetzt schlafen? Woaa... Ist ja richtig. Man muss es also von hinten an aggieren. Oder von der Seite. Uiuiuiui. Das war ein heftiger Kampf. Ungewöhnlicher Fels. Ungewöhnlicher Fels. Kann man die Liste kaputt hauen? Nein, kann man nicht. Was ist das? Okay. Okay, ich habe hier einen Weg durch die Wildnis, Shadalala. Okay, und er hat aber noch was Übeles mitgenommen. Oh, die Stinkeblume. Oh, mehr Stinkeblume. Mit 2 ist das jetzt aber ein bisschen unfair. Na los. Ja. Allerdings. Die Blöden pflanzen lassen mich ja nicht. Ist das mit dem Schwerb vielleicht besser? Nein. Auch wirklich. So. Oh. Aber hier ist doch ein Skyway. Hops. Das hier gehört dem selben Volk an wie Zolf. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Das ist kein Problem, weil ein zerbrochenes Monument. Okay. Müssen wir mit denen sprechen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. So denn. Ich wünsche euch was. Zockt viel, zockt gut. Und schaltet wieder ein, wenn ich das nächste Mal Bastion spiele. Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren vielleicht noch ein bisschen was hinterlasst. Oder mir eine Bewertung für das Video. Daumen rauf. Daumen runter. Je nachdem wie es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal.